Auch die Finken müssen trinken. Im Hintergrund hören sie die Wellensittiche und sehen sie auch fliegen. Da waren sie gerade am Baum, da oben sitzen sie jetzt, wird es ihnen natürlich nicht viel bringen jetzt der Zoom, aber nur so ein kleiner Tipp. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.